Das war's für heute. Er war's aber einfach. Heiß rum, rum, rum. Da ist sie! Warum? Warte auf weitere Komponenten! Polly, du bist das wirklich! Ich hab dich vermisst, mein treuer Fomunculus! Bist du bereit, dich erneut meiner Mannschaft anzuschließen? Ah, Polly ist zurück von den Toten! Wozu brauchen wir einen Vogel? Polly ist mein Navigator! Wenn wir Lechans angreifen und das nörderliche Tor öffnen wollen, brauchen wir die Hilfe meiner alten Mannschaft! Finde sie, Polly! Spüre sie auf! Spüre sie auf! Schatrösele Chans ist nicht nur ein mächtiger Pirat, man kann ihn nicht töten! Auf seiner Mannschaft liegt ein seltener Fluch, genannt Anschlagerüstung! Ich kenn ihn gut, denn er lasse doch auf mir! Wir brauchen mehr als Waffen und Schiffe, um ihn zu besiegen! Balan, Balan! Ah, Mannschaft in sich! Wir brauchen mehr als Waffen und Schiffe, um ihn zu besiegen! Und meine Grock, das ist immer noch voll mit alkoholfreiem Gebräu! Gut, wie bringen wir ihn dazu, zu kämpfen? Ganz einfach, Piratenregel 27B. Verschütteter Grock muss gerecht werden. Mach seine Tasse kaputt! Du hast gegen Piratenregel 27B verstoßen! Das ist ein gravierender Bruch der Etikette! Schon mal gegen einen Seemann gekämpft? Das sagte ich bereits! Warum sollte ich? Du kämpfst bestimmt wie ein Milchbauer! Warum schnappen wir nach Luft? Weil wir gerade herausgefordert wurden zu einem Duell! Werbeleihkuchen! So machen Piraten das! Du musst ihn mit der schärfsten, gemeinsten Erwiderung treffen, die ihm 20 Jahre später noch Albträume bereitet! Oder du verlierst das Duell! Wir brauchen Optionen! Deine Mutter hätte dich wegwerfen und den Klapperstorch nehmen sollen! Niemand redet so über der Brachschutz! Der ist übel! Lass ich Kino holen! Ein Festmahl für die Wand! Was hast du mir gesagt? Ich glaube, wie ich gelebt habe! So gut, so gut! Au, au, au! Au Bones, du alter, na! Du sagst, die Anschlagrüstung würde uns schützen! Haha! Oh, Danny Schotbruch! Nur weil du nicht stirbst, heißt das nicht, dass es nicht weh tut! Jetzt macht wieder bei meiner Mannschaft mit und helft uns, Schadröse den Chance zu besiegen! Hurra! Jetzt müssen wir nur noch ein paar Crewmitglieder finden! Und ich weiß auch schon wo! Polly! Setz Kurs auf Port Blinder! Port Blinder! Port Blinder! Ja! Aber der war echt übel! Der war echt schon... Der war hart! Der war noch mal hier so für sich, typische the-der-mutter-wit-ze. Danke fürs nachladen, Idiot! eine ganze piratenstadt sie sind so frei sie segeln mit ihren schiffen von hafen zu haben müssen sich von niemandem rechtfertigen und streben einfach nach reichtum und berüchtigt sein machen wir das nicht auch nur im all die luft wird eisig so gefällt mir das schon besser das wird niemals langweilig wir hatten gesagt was wir auch gedacht haben das keine probleme danke danke Das ist mal ein Glückswürfel. Ja, die macht zwar mehr Damage und so, aber hat nicht diesen schönen Effekt. Was wird sie denn hier? Du kannst meinem Blick nicht entkommen! Kann ich denn wieder zurücklaufen? Ja, ich kann wieder zurücklaufen! Ja, ich kann wieder zurücklaufen! Den kann ich noch nicht benutzen, vielleicht kommt das sogar noch. Was hat der schon da? Ja, ich kann wieder zurücklaufen! Ich kann es kaum erwarten, mitzaubern, um mich zu werfen! Ja, ich kann wieder zurücklaufen! 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 Ich bin ein neues Unternehmen! Die Epochen übersäten Halunken. Wir schließen uns wieder Three Woods Mannschaft an, bevor noch jemand ernsthaft verletzen wird. Haha, ich habe meine Mannschaft wieder. Jetzt zu unserem Schiff. Sie ist das edelste Holzfräulein, das hier über die Buttersegel gelitten ist. Holly, such das Wrack der jauchzenden Jungfer. Jungferpinden, Jungferpinden. Wir haben uns in den letzten Minuten echt gut kennengelernt. Hier ist also meine Leidensgeschichte, wie ich in die Tiefen dieses ehemaligen Ozeans gelangt bin. Ja, Herr in der Piratengeschichte. Toll, ich kling mich gerade kurz aus. Ich war der wildeste Piratenkapitän der Buttersegel. Ich hatte ein gutes Schiff, eine tolle Mannschaft und die wahre Liebe. Aber ich habe alles verloren. Das war's? Du hast den Fluch gar nicht erklärt. Oh, meine Piratengeschichte ist dir wohl nicht gut gelungen. Vergess mir das einfach, du Landratte. Aha, siehste, sie hat nichts. Sie vergisst immer, ihre Charakterstimme abzulegen, wenn sie verzweifelt nach anständigen Motiven sucht. Hm. 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 Eine Katze hätte das im Leben nicht geschafft. Winterklingel! Idiot! Eine neue Kerbe und wieder kein Geld. Jetzt wird weitergezaubert. Wo muss ich jetzt hin? Nach oben? Was hab ich denn angedacht im Winter? Ups, meine Mitte war es voll. Äh, nee. Die Mannenwaffen behalten. Ich müsste aber mal so langsam Sachen leer machen. schauen Sie daran. DANN wasauf mehr professionals. I now bis jetzt karinein fährt. aus ist 24 ok wo soll ich jetzt hin ich sollte hier runter denke ich oder geil verkaufsautomaten nice diese interessanter ist aber es ist das was ich haben wollen würde was ich noch nicht ich erkenne jemanden der eine neue rüstung braucht maximale gesundheit bewegungsgeschwindigkeit so lange schutzvoll regenerationsrate wir müssen das da mit dem vergleichen gerade geschwindigkeit wäre höher leider verzögerung ist die schlechter resistent schildkürte verstärker gesundheit den würde ich jetzt einfach mal mitnehmen rechte das marken das wäre gar nicht so schlecht gewesen auch wie viel wir hier noch haben er auf der karte machen trotzdem ist dass wir die ob es weiter sieht aus als wäre wieder magie im angebot leichen geben keine guten killer wirst du blöd genug dich mit mir anzulegen das nehme ich wie ich es habe ich Das war's für heute. 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 Ich habe eine Quest. Ich würde aber erstmal gerne die Mission machen, die ich jetzt hier habe. Ähm, danach brauche ich die Mission. Eins nach dem anderen. Lass uns erst die hier machen. Das war's für heute. Das war's für heute. Weil da durchkomme ich mich auch neu empfehle. So wie es so aussieht. Ich nehme mal doppelt den Leertaste drücken wegen Cyberpunk. Wenn wir den Doppelsprung, ja. Die, die 18. Junka. Die einzige Frau, die ich je liebte. Sieh nur, Polly. Die ganze Mannschaft ist wieder frei. Blödsprung. 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 Du wagst es dein verlogenes Gesicht hier zu zeigen. Ach, Charlie. Ich... Nenn mich nicht mehr so. Während du weg warst, habe ich eine neue Mannschaft aufgebaut. Eine Loyal. Wobei dein gehässiges Herz dieses Wort wohl nicht mal kennt. Die jauchzende Jungfahr gehört immer noch mir, Charlie. Mannschaft! Bereits machen zum Entern! Tötet diese Taugenichtse! Nehmt die Schechter und entert die Jungfahr! Dann komm schon, bringen wir es hinter uns! Bleib weg von mir! Bist du? 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 Immer dieses doofe nachladen! Hey du! Komm her! Vorsicht Mannschaft! Das ist Deckhead! Der Zehste Seemann von allem. Er weiß zu kämpfen! Wer hast du nicht drauf? Sie haben aus meiner Dame Ersatzteile ausgebaut. In diesem Zustand können wir nicht segeln. Nimm das Steuerrad. Schraub sie schön fest. Das ist Higginsworth, der Bootsmann. Grabes Fälschel. Er wird unsere Flagge unter Deck verstaut haben. Bereit zum Zaubern. Ich forsch, Urma! Gut geplündert, Mannschaft! Hisst sie hoch auf den Bast und lasst sie im Wind tanzen! Vorsicht von dem zweiten Bart! Der zweite Bart! Die Toast einflößende Schwertschnauze der jauchzenden Jungfarm. Platziere sie mittig vorne am Bug. Ein Haikopf. Sie sieht so gut aus, wie eine Dame nur aussehen kann. Hierher! Wir machen die jauchzenden Jungfer wieder gefechtstauglich! War keine Haie. Aber ich hab mir den Eter durchgetraut. Er schüttelt so wie jedermann eine Seele. Und ich übe mich in Deckromantik. Es wird Zeit, diese hölzernen Knochen wieder tanzen zu lassen. Mannschaft! Ein Lied, bitte! Das schöne Schiff mit starkem Mast. Ho, wei, ho, allemann an Deck! Kanonen bereit, macht euch auf Asker passt! Die jauchzende Jungfer, die schlägt die Deck! Sie fliegt! Mit Mannschaft und Schiff können wir uns endlich zurückholen, was wir verloren haben! Holen wir uns ne Chance! Holly hinterher! Sie zeigt den Weg zu seinem Schiff! Der bösartigen Brise! Segel setzen! Schadröse hat dich vorhin Blöds-Threewut genannt. Hast du uns was zu sagen? Du verdienst die ganze Wahrheit! Eine Piratengeschichte lässt sich nur auf eine Art erzählen. Ein Stück voller Musik und aufwendiger Inszenierungen! Alle auf ihre Plätze! Oh, der Glücksfaktor steigt! Äh, auf welchen soll ich denn hin? Einst aus dem Hafen eine Liebe lief auf! Ich weiß nicht, auf welchen Namen getaubt! Der Fluch trat ein, er sagte nein! Las meine Knochen, Jungs, glas! Hau! Hört nur, wie ich auch immer an! Sein Klage lief für das ganze Land! Haben wir erst mal aus der Busse getan? Dann stehen wir auf und gehen! Wir brachten über sehr viel Leid! Dem anderen schwor wir einen Ei! Meine Rüstung sollte Charlie sein! Blast meine Knochen, Jungs, blast! Hau! Hört nur, wie ich auch immer an! Sein Klage lief für das ganze Land! Haben wir erst mal aus der Busse getan? Dann stehen wir auf und gehen! Also ich finde, das sieht echt nicht schlecht! Habe ich schon gesehen! Ich habe nur nicht reingeguckt! Das ist eine Art Wirbelwind! Ich kann damit nicht fahren! Schade! Die Verlustangst ließ mich nicht allein Ich ging einen Pakt mit dem Teufel ein Nun lebe ich ewig ohne Haut Blast meine Knochen, Jungs, blast! Hau! Oh ja! Ich habe ihn mit der ewiges Lebenflunkerei drangekriegt Funktioniert immer wieder Missratene Seelen klammern sich immer an schwindende Erinnerungen Herrje, ich kling ja fast wie Sie Charlie konnte mir nie verzeihen! Er und seine Männer haben die jauchzende Jungfer versenkt, meine Mannschaft zerschlagen und mich der Vergessenheit überlassen! Das ist die Wahrheit! Ich bin schuld, dass sie verflucht sind! Die Last auf meinen knochigen Schultern will, dass ich das bereinige! Hör nur den Knochenmann an! Zerklagelied führt das ganze Land! Hab ich erst mal meine Fuße getan! Dann stehe ich auf und gehe! Die bösartige Brise kann nicht weit weg sein! Folgt Holly! Wir werden die Dinge begradigen! Ich habe eine Idee, ich brauche mich manchmal nicht mehr auf solche Sachen kommt! Bestimmt, wo? Woher kommt das jetzt? Was wird denn hier? Ach, das ist ja so eine Waffe, die keinen Asch gebraucht kann, ey! Das ist ja so eine Waffe, das ist ja so eine Waffe, das ist ja so eine Waffe! zu." Das ist ja so eine Waffe, die Anführung steht füre Zerklagel und coralESTructurechnung. Das ist ja so eine Waffe! Zerklagelde! Ich vermage meinen Körper, der will! Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Oh Gott, sterben wir alle! Wieso nicht ein wenig vordringlich? Ich darf, wenn ich nicht gereht habe! So unheimlich! Mehr hast du nicht! Seid auf die Reise! Immerhin hat er was Legendares getrunken. Oh, hier ist nämlich tiefgen Rüstung. Äh, Schaden. Hm, geht die eigentlich, die ist ja schlecht. Da hat ein Zielgenauigkeit getrunter, Handhabung geht runter, wir könnten einfach mal spitschen und schauen. Hm. Erstmal testen. Wenigstens zu etwas bist du zu gebrauchen. Der Schicksalsbringer durchstreift das Land und versucht zu reparieren, was zerbrochen ist. Jeder Schritt offenbart eine neue verlorene Hoffnung. Die Aufgabe scheint unüberwindbar. Aber ein Held muss immer weiter. Mehr Glück für dich, Mamacita. Äh, was hast du unter dir hier? Sundays endst totally разгunt und irgendwo streiten Привет zu sein. Wenn du zuhause ballstet hast du ja mal kurz zeigst dann aus dem, wo du sie bewusst hast. Gern damit. Du immer Sóuber in meinem sued super Böööööööööööööööööööö eine neue kerbe und wieder kein geld und ich bin nicht mit den utang aber ich die waffe jetzt auch nicht allzu schön deswegen würde ich die andere lieber behalten die ist mir dann doch lieber etwas effektiver sage ich jetzt mal wie will ich eigentlich gegen die tauschen aber bei der anderen ist der schaden höher aber schaden ab und zeit höchst effektiv gegen rüstung bei aufladungen ja ich weiß nicht 96 98 auf geht darunter und dies ist so denke ich mal nur die aufwarten können der anderen waffen brauche ich nicht auch nicht alles was grün ist aber gar nicht erst nach weil das und sich was er sollte ich einfach mal aufhören aber es ist eine gewohnheit schauen wir nicht wenn ich drüber gesprungen schade was das her gefällt mir vom design ein bisschen besser weil ich mag auch piraten dann muss ich dem wellenteiler zustimmen mit dem treffen wir nicht das hat mir gesucht hier ist es hinter diesem wald liegt die bösartige brise lasst uns ein paar lupen zerfetzen und balken zum bersten bringen feuer dunkel magie du bist aber schaden brauche ich dann gar nicht erst gucken wenn der minus drauf ist maxi maler schutz ist immer 17 euro doch schon aus wenn der schutz ist jetzt nicht so das wahre das ist der chance schiff vorsicht er erwartet uns sicher schon bei meinem lange verlorenen wahl er hat wirklich angeheuert mannschaft bereit macht diese zocken in die sieben seien mehrere zu pusten eisiger tod was haben wir denn hier du hast nicht um dein leben gefleht wenigstens etwas was mir sind die zauber slots ausgegangen müssen wir mal neue kaufen ich hab all die magie die ich brauche hurra 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 Sieg! Ihr beide müsst das klären. Du bist ein sturer Sehbär und das liebe ich an dir. Jetzt hör zu, schadröselet Chance. Es tut mir leid. Ich hätte dich fragen sollen, bevor ich uns alle zu Untoten machte. Ich hatte solche Art, dich zu verlieren, dass ich nicht klar denken konnte. Du konntest noch nie in deinem Leben oder Unleben klar denken. Aber danke. Ich kann diesen Fluch nicht aufheben, aber ich kann den Rest unseres Todes damit verbringen, es wieder gut zu machen. Ich brauche nur eine Lichard. Du und deine Piratentricks, Sreewood. Mein Herz hat immer dir gehört. Ich nehme an. Tut mir leid. Auf diesem Schiff ist kein Platz für die Lebenden. Aber wir haben uns gewiss nicht zum letzten Mal gesehen. Schließlich bist du der Schicksalsbringer. Und das Schicksal eint uns. Du findest den Schlüssel zum nörderlichen Tor in meinem versteckten Beuteraum. Du kannst ihn gerne plündern. Ich habe alle Schätze, die ich brauche. Und pass auf Polly auf! Vorwärts! So, plündere die Beute. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt irgendwie auf Schiff oder so. Wenn unsere Liebe wieder zu sehen, es wäre echt gut, wenn unsere Lieder schöner klinken und wir tanzen, unsere zeigen. Und wir legen auf die Schone aus, wir weinten. Wir legen hier. Einsam in der Dunkelheit. Hey, Fred! Die ganze Beute gehört uns! Bist du jetzt froh, dass wir die Piraten-Quest gemacht haben? Ihre Liebe war stärker als der Tod. Und nichts konnte sie trennen. Weinst du etwa fiktiven Charakteren nach? Das überrascht mich auf so vielen Ebenen. Sag es irgendwem und ich mache Kühlmittel an deine Frühstücksflocken. Fred, du hast buchstäblich eine Schale aus kaltem Stahl. Aber tief im Inneren steckt doch ein weicher Kern. Du bist wie eine emotionale Suppendose ohne Etikett. Keiner weiß, welche pumpige Güte sich darin verbirgt. Nice, das war nur die ganze Nebeme-Quest. Gut, das reicht. Dann hasse ich halt wieder jeden. Das Tor ist offen. Ihr habt es bis in die oberste Ebene des Meeresbodens geschafft. Aber jetzt liegt der dunkelste Abgrund vor euch. Bis zum nächsten Mal.